Willkommen zu einer Runde Badwoss auf der Map P-P-P-Paluten Genau so heißt die Die ist glaube ich noch die vom letzten Jahr, ja, das ist sie Ist eigentlich nur dabei, weil irgendwie wieder alle Maps da sind Ja, wenigstens, wir haben einen dabei, der kann das Das gefällt mir Jetzt habe ich zwar einen zu früh auch gestoppt, aber das wird wohl nicht das Problem sein Wir sind sowieso bei weitem als erster da Einer müsste von uns schon in der Mitte sein Und wir sind nämlich noch alle vier Das hier ist der Moonlight Andy Und da ist ein Gelb aber nur Ich weiß nicht wo der letzte ist bei uns Ah ja Gefunden Ja, gut gemacht Oh Gott, geh weg, geh weg, geh weg Okay Hab sie alle, nice Pass auf, Junge Oh je Oh je Hoffentlich schafft er das Ähm Ja Ja Nochmal neu equipen Spaß So, los geht's Da dann am Bogen Nur er kann halt nicht mal annähernd treffen Und mehr Spam Und mehr Spam geht auf die Entfernung wohl nicht so wie so aussieht Oh Ja 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 So Boah Boah ist das Nein Oh Mann Grün Grün Jagd Es kommt gleich sicher Du Ja Ich warte drauf Ich warte drauf Weil ich Weil ich nämlich low ground hatte Das ist nämlich das Problem Und wenn man natürlich low ground hat Dann ist es natürlich schon blöd Gratuliere Ja Ja Wenn du Meinst Ach Mann Es ist so lächerlich jedes Mal Ach ja Ach ja Ich habe Wie Wie Die 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 Unterlagen Die Die Diese Du Ja Ich Sie Eine Die 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 Echt. Schade. Blau. So. Hitten wir das mal. Oh Gott. Oh Gott. der spämmerschein also der die schimmelte spam oder der blöcke einer ohrgott ja es ist nun keine brust am speed tranken alles klar und pack den bogen aus ja bogen nummer eins oh mein gott oh mein gott wird es das werden wird es das werden es wird es werden fiktor alle wie sie ich bin ich den kühl warum nicht aber den krieg ich das war es mit den spämmern so leicht geht das sieht man es mal wieder was hacker so alles können also bad wars könnte ich wirklich schon als let's hack betiteln weil es ist wirklich so lächerlich was die leute nicht mehr beleidigen ich bin so ein idiot ich bin so ein idiot ich habe hier mehr fps einbrüche wenn ich neu spawne spawne oh mein gott oh mein gott oh mein gott Leute helpp please help please help nein ja das war's gg hab's gewusst dass das ein fehler wird dass ich den scheiß nicht mitnehme ja er ist da wow ja er hat sie schon ich bin gar nicht da oh nice ich hab's Warum machst denn du jetzt YOLO? Ah, das hat ja zu einfach sein können. Gibt es jetzt überhaupt noch Equipte von denen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Ich habe gedacht, ich hänge mir jetzt noch eine kleine Runde Farmland hinten dran. So, das ist schon alles, was ich brauche. Bin dann mal weg. Das gehört sowas von rausgeschnitten, was da passiert ist. Oh! Einfach nur lächerlich. So was von lächerlich einfach nur. Wow! Das war lächerlich.